Mein Gott ist Washed. Wer ist sein Gott? Elie Geller in der Weekend League oder redest du von Manuel Neuer im Bayern-Tor? Manuel Neuer? Ich sag's immer wieder. Leave the football before the football leaves you. Aber Neuer sieht diese Saison halt wirklich nicht gut aus. Ihr wisst das von mir, Chad. Ich bin der größte Neuer-Supporter und Neuer-Verteidiger, den es überhaupt gibt. Für mich ist es nach wie vor, ändert jetzt auch nichts die schlechte Phase daran. Der beste Keeper aller Zeiten. Aber ich hab das Gefühl, wir sind gerade an einem Zeitpunkt angelangt und es haben leider viele ehemalige Weltklasse-Spieler, wo dann diese eine Saison kommt, wo es einmal den ihr macht und dann reicht's einfach nicht mehr. Und das ist auch keine Schande, weil Manuel Neuer ist ja jetzt auch keine Anfang 30, sondern Ende 30. Das ist auch komplett normal. Aber ja, muss man halt schon sagen, ich find's auch ein bisschen erschreckend zu sehen, wie wenig von dem Manuel Neuer jetzt gerade da ist, was man eigentlich von ihm kennt. Also das ist ja, wer das Bayern-Spiel gesehen hat gegen Barcelona, das ist ja nicht nur dann in Situationen, wo er rauskommt, wo er unsicher wirkt, sondern das ist das, ich glaub, das zweite oder dritte Raffinia-Tor, wo er den kurzen Ball, also wo er den flachen Ball in der langen Ecke, wo er fällt wie eine Bahnschranke. Es sind Sachen im Spielaufbau, wo er super unsicher wirkt, wo er Bälle verliert. Also das ist schon echt sehr, 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 sehr mau, muss man wirklich sagen. Und wenn er in der Rückrunde wieder performt, hüpfen alle wieder auf seinen Schwanz. Ich versteh nie, wo solche Nachrichten herkommen, weil ich das so dumm finde. Weil ja, guess what, ein Spieler, der gut spielt, wird gelobt und ein Spieler, der schlecht spielt, wird kritisiert. Also das war's. Manuel Neuer hat sein Leben lang sehr gut gespielt und da haben ihn sehr viele Leute vollkommen zurecht gelobt, weil er da ein Weltklasse-Keeper war. Und jetzt gerade ist er halt absolut nicht auf dem Niveau und dann kann man das auch kritisieren. Ja, ich weiß nicht, es hört sich auch doof an, aber der Chat sagt auch, ich hab auch irgendwie das Gefühl, dass Neuer so ein bisschen seine Aura und sein Mantra verloren hat. Keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Da ist jetzt ganz viel von außen rein interpretieren. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, wenn ich Neuer mir gerade angucke, dass der gar nicht mehr selber das Vertrauen in seine Fähigkeiten hat. Also ich finde, er sieht so sehr unsicher aus, was man ja gar nicht von dem kennt. Laminia Mahl hat Bayern so auseinandergenommen. Laminia Mahl hat ein unfassbares Spiel gemacht. Generell, um mal positiv über Barcelona zu sprechen, was Hansi Flick da in wenigen Wochen aus Barcelona rausgeholt hat, davor kannst du nur deinen Hut ziehen. Er hat ja bestehende gute Spieler nochmal besser gemacht. Ich denke da allem voran, gut, er hat jetzt auch viel Verletzungspech gehabt, aber ich finde, wie Pedri unter Hansi Flick spielt, ist unfassbar. Wie Lewandowski unter Hansi Flick spielt, ist unfassbar. Der hat ja auch letztes Jahr schon wieder eine sehr, sehr gute Rückrunde gehabt. Aber wer so absolut sinnbildlich für das neue Barcelona unter Hansi Flick steht, ist Rafinha. Das ist unfassbar. Also ihr könnt mich dafür auseinandernehmen, aber Rafinha war für mich jahrelang so ein richtiger Robben auf Wish bestellt, der nichts anderes kann, als von rechts nach innen zu ziehen und dann mit seinem starken linken Fuß entweder drauf zu rotzen oder irgendwie versuchen, Außenrissball zu spielen. Das war irgendwie immer so sehr brotlos, finde ich. Und auf 15 schlechte Aktionen sind dann mal zwei gute gekommen. Aber was Rafinha unter Flick spielt, ist unfassbar. Ist unfassbar. Also un-unfassbar, wie gut er ist. Und vor allem, weil er ja hauptsächlich auf der linken Seite spielt und man ihm ja eigentlich seine Stärke genommen hat, dadurch, dass er links spielt. Dieses mit dem starken Fuß inverse nach innen ziehen. Also das finde ich echt übertrieben krass. Aber ist schon heftig, ey. Auch die Effektivität, ja, ist krank. Ich freue mich halt, ich muss jetzt sagen, dass das erste Mal nach langer, langer Zeit, wo ich mal wieder so richtig gehypt auf ein El Clasico bin, ich habe richtig Bock auf El Clasico. Ich hatte lange nicht mehr so ein Bedürfnis, ein El Clasico zu gucken. Ja, Mann. Lange nicht mehr so ein spannendes Duell am Sonntag. Ist so. Da sehne ich mich sehr nach, nach dem Klassico. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ja, und Bayern. Also ich glaube, Bayern ist jetzt gerade nach dem Spiel eigentlich ziemlich gut gerankt. Ich glaube nach wie vor, dass Bayern München in der aktuellen Verfassung mit den aktuellen Spielern, die sie haben, international ein Top-Team ist. Aber es fehlen halt auf ein, zwei Positionen Spieler, um zu sagen, ihr seid ein Top-3-Team der Welt. Und das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Die haben in Barcelona verloren. Die haben auch in Barcelona verdient verloren. Aber wenn du dir das Ergebnis anguckst, es gab vor allem in Halbzeit 1 Situationen, wo das Spiel auch in eine andere Richtung hätte kippen können. Und 4 zu 1 hört sich das sehr, sehr krass an. Aber haltet mal bitte beide Spiele nebeneinander. Oder sagen wir es mal so, dieses 4 zu 1, was Barcelona jetzt gegen Bayern geholt hat, ist nicht ansatzweise zu vergleichen, wie mit den letzten Jahren, wo Bayern regelmäßig über Barcelona drüber gerollt ist. Weil das war wirklich einfach ganz klar, europäisches Top-Team ist kein europäisches Top-Team mehr. So, und das habe ich da nicht gesehen bei Bayern gegen Barca. Ich glaube, auch ein Company ist ein junger Trainer, wird jetzt seine Schlüsse daraus ziehen. Ich kann verstehen, dass man sauer ist als Bayern-Fan und auch die Presse, dass sich die darauf stürzt, ist alles in Ordnung. Das gehört irgendwo dazu, weil es auch lange her ist, dass Bayern verhältnismäßig so krass aufs Maul bekommen hat. Aber ich würde nach dem Spiel jetzt nicht alles schwarz malen. Es gibt Sachen, die du an dem Spiel kritisieren kannst. Es gibt Sachen, über die du reden musst. Aber nach dem Spiel ist jetzt Bayern nicht komplett scheiße. Ich finde, man sollte es aber auch nicht drunter spielen. Barca war vor allem in den Zweikämpfen deutlich bissiger. Na, darum geht es ja nicht. Es geht ja einfach darum, ein gutes Mittelmaß zu finden. Also Barcelona hat dieses Spiel hochverdient gewonnen. Barcelona hat in dem Spiel besser, effektiver und klüger agiert. Und Barcelona hat in dem Spiel wie eine Mannschaft gewirkt, die deutlich länger zusammenspielt und abgezockter ist als Bayern. Und das eigentlich so untypisch, weil das normalerweise etwas ist, was Teil der Bayern-DNA ist, einfach in solchen Spielen da zu sein. Das Problem ist einfach bei Bayern München, und das sage ich jetzt auch nicht seit gestern, das sage ich seit Jahren eigentlich schon, und dann sage ich das jetzt wieder, also I'm sorry, deren Verteidigung ist Schrott. Die haben die überbewertetste Verteidigung in ganz Europa seit Jahren, meiner Meinung nach. Seit Jahren ist das die überbewertetste Verteidigung, die es gibt. Das hat nichts, nichts mit dem Anspruch zu tun, Champions League Halbfinale Plus zu spielen. Guck dir diese Verteidigung in den letzten Jahren an. Auf der linken Seite Davis hat für mich seit der Champions League Saison, seit dem Sextupel, nichts mit Weltklasse zu tun. Rechts hinten spielt, wenn dann Kimmich, ja, der macht's gut. So, das ist aber auch nicht seine Mainposition. Und die beiden Innenverteidiger, Innenverteidiger, also I'm sorry, deshalb bleibe ich auch dabei, guckt euch einen Mattheistelicht bei Manchester United an. Ja, Manchester United ist auch scheiße, aber das hat nichts mit Weltklasse und 20 Millionen Jahresgehalt zu tun. Das hat damit nichts zu tun, dass die haben jetzt mit Kim den fünften Innenverteidiger gefühlt geholt seit 2018, der einfach für das Geld, was die bezahlt haben, einfach nicht gut genug ist. Das sind für mich alles überbewertete Spieler. Und jetzt nochmal als Erklärung, das sind überbewertet, heißt ja nicht, ihr seid schlecht. Überbewertet heißt einfach, für das, was ihr verdient, für das, was ihr in der Anschaffung gekostet habt, seid ihr nicht gut genug, beziehungsweise bringt ihr nicht das, was man sich eigentlich von denen erhofft hat. Wenn du für Upamecano, Lukas Hernandez, Matthij Seligt, Min Jae Kim in der Kombination eine Viertelmilliarde Euro ausgibst und keiner von diesen Innenverteidigern konstant seine Leistung bringt und dich konstant weiterhilft, ja, dann hast du Scheiße gebaut. Dann hast du Scheiße gebaut. Und ich sehe keinen von diesen genannten Innenverteidigern, also zwei Stück sind davon ja wieder weg, die konstant Leistung bringen. Wir müssen auch irgendwann mal anfangen, über Min Jae Kim zu sprechen. Da ist für mich der Welpenschutz langsam auch vorbei, muss ich offen und ehrlich sagen. Und bei Upamecano kannst du dir jedes Jahr, es ist jedes Jahr bei Upamecano die gleiche Scheiße, jedes Jahr bei Upamecano spielt er eine gute Bundesliga-Hinrunde, das sieht alles toll aus, wir holen seine Zweikampfquoten raus, dann spielt er mit Frankreich ein schönes Turnier oder noch ein paar schöne Länderspiele und dann ist es alles super und dann kommt das erste Champions-League-Spiel, wo es drauf ankommt und sowohl Upamecano als auch Kim fangen an, einen kompletten Totalausfall zu haben. Und das ist einfach, das ist dann irgendwann, wenn es immer Pech ist, ist vielleicht doch einfach Unvermögen. Und das ist einfach, das sind keine schlechten Spieler, das ist jetzt auch gar nicht aufs Spiel, ihr müsst jetzt bitte unterscheiden, das nicht alles aufs Spiel gegen Barcelona jetzt runterzubrechen. Also zum Beispiel das zweite Tor, würde ich sogar vielleicht sagen, ist tendenziell sogar eher ein Foul an Min Jae Kim. Ich glaube einfach, dass der Bayern-Kader, und das ist jetzt die Klammer, die ich machen möchte, die ihr hoffentlich versteht, der Bayern-Kader ist einfach auf zwei, drei Positionen, meiner Meinung nach, nicht gut genug besetzt, weshalb du wahrscheinlich dich damit abfinden musst, dass es auch mal immer wieder solche Spieler gibt, äh, Spiele gibt, wo du dann halt auch mal rutschen gehst, weil du einfach die Qualität nicht hast. Wir können auch darüber sprechen, dass Company einen Tacken zu Risiko behaftet spielt, ja, kann ich auch nachvollziehen, würde ich mich vielleicht sogar auch anschließen, aber ich finde, es gibt im Bayern-Kader, ich würde mindestens auf zwei Positionen in der Verteidigung nachbessern und bei der aktuellen Leistung muss da halt auch, wie gesagt, irgendwann über Manuel Neuer sprechen. Also da kommt halt schon einfach jetzt ein bisschen was auf die zu, was die in den, was die im, ähm, was die im nächsten Sommer machen müssen, finde ich persönlich. Weil offensiv sind die Bayern ja über jeden Zweifel erhaben, gar keine Frage. Offensiv ist die Qualität komplett da. Wenn du, äh, wenn du offensiv die Auswahl aus Coman, Gnabry, Sané, Coman, Gnabry, Sané, Ulisse hast, wenn du im Zentrum einen Musiala hast, wenn du einen Harry Kane hast, ich habe bestimmt jetzt auch noch einen vergessen, also das ist ja, das ist ja alles Qualität, nur ich finde, dass bei Bayern jetzt nicht nur diese Saison, sondern einfach, boah, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber ich, ich kann es gerade nicht gut ausformulieren, aber ich hoffe, ihr versteht. Ich finde, in den letzten Jahren ist es sehr einfach geworden, gegen Bayern Tore zu erzielen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, die rollen über viele Gegner, mit vielen Toren drüber, aber du hast das Gefühl, dass egal, gegen wen Bayern München steht, die sind immer mal für einen Lapsus und immer mal für ein Gegentor gut. Und dann gibt es halt solche Spiele, wie gegen Frankfurt zum Beispiel, wo sich das hoch multipliziert. Und ich glaube auch, dass halt das System von Company, was halt nun mal so offensiv ist, wie es ist, nicht dazu beiträgt, dass diese Probleme besser werden. Und in der Liga, wenn du halt gegen schlechtere Vereine spielst, oder meinetwegen auch in der Champions League, so wenn du dann mal 9-2 oder 7-1 über einen drüberbretterst, dann fragt am Ende keiner nach, aber du spielst halt in der Champions League irgendwann gegen Gegner, die eine Qualität haben, siehe Barcelona, die haben 4 Schüsse in diesem Spiel und nageln die halt alle 4 rein. Das muss man halt sagen. Real Madrid fällt unter die Selberkategorie, egal wie gut sie offensiv sind. Defensiv sind sie, sind immer Fälle von Unkonzentration dabei. Ja, nur der Unterschied ist halt zwischen Real Madrid und Bayern München, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass einfach bei Real Madrid die so viel bessere individuelle Qualität nochmal da ist und diese Mannschaft über die letzten Jahre so ein Mantra entwickelt hat. Ich hab manchmal bei Real Madrid sogar das Gefühl, die wollen erstmal 2-0 hinten liegen, bevor die überhaupt anfangen Fußball zu spielen. Jetzt so im übertriebenen Sinne. Vinny Junior ist momentan der größte Big Game Player auf der Welt. Streicht ist Big Game Player, der ist der beste Spieler der Welt. Was der Mann in Big Games und großen UCL-Spielen die letzten Jahre abreißt, nicht von dieser Welt. Zweimal in Champions League Finals getroffen, Headtrick hier und da immer Schüsse Spieler in den Remontadas. Vinny Junior ist der beste Spieler der Welt. Wenn der den Ballon d'Or nächste Woche bekommt, dann kann sich auch keiner beschweren. Und ihr kennt meine Meinung zu dem, wir haben im letzten Stream auch wieder viel über den gesprochen. Ich mach die Schatulle jetzt nicht nochmal auf, findet den alle scheiße, ist alles gut. Aber ich möchte einfach bei Vinny Junior nur über Sportliche reden, weil das einfach so viel Spaß macht, weil der Typ so einen geilen Fußball spielt. Wir reden über einen Spieler und da bin ich halt einfach auch sehr empfänglich für, der zu Real Madrid gewechselt ist, wo ihn alle ausgelacht haben, wo gesagt worden ist, der Schritt kommt viel zu früh, da hast du keine Qualität für. Der Mann wechselt dahin und der erste Eindruck ist, scheiße, ja, der hat wirklich nicht die Qualität. Da gibt es Storys, wo Benzema zu Mondi sagt, ey, bei Gott, bitte spiel den nicht an, weil der so scheiße ist. Der spielt, glaube ich, gegen uns. Und vier, fünf Jahre später redest du halt einfach über einen zweifachen Champions-League-Sieger, der in beiden Finals getroffen hat und auf dem Weg zu seinem ersten Ballon d'Or ist. Ich mag solche Storys einfach. Und für mich persönlich hat er sich auf rein sportlicher Ebene jeden Step verdient. Mir macht es einfach Bock, dem zuzugucken. Und bei allem Respekt, also der magische Emre und der magische Nuri haben natürlich auch ein bisschen mitgeholfen jetzt bei dem Spiel gegen Dortmund. Aber was Vinny Junior mit Borussia Dortmund da angestellt hat, vor allem das dritte Tor, wow, ist einfach unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Das ist eine Qualität. Du musst dir mal überlegen. Bei Real Madrid, das muss man einfach so ehrlicherweise sagen, und vielleicht ist es ein paar Tage später für den ein oder anderen Dortmund-Fan dann auch ein bisschen Balsam für die Seele. Bei Real Madrid hast du einfach so eine individuelle Qualität, dass wenn du von drei absoluten Topspielern, wenn von denen zwei Stücken neben sich stehen und einer das Spiel seines Lebens macht, dann reicht es trotzdem aus. Guck mal, Bellingham und Mbappé können gegen Dortmund 60 Minuten lang in der Luft hängen und das reicht einfach, weil dann Vinny Junior kommt und sagt, ich habe genug Qualität, um dieses Spiel zu entscheiden. Das ist halt so geisteskrank. Also das muss man einfach mal wirklich sagen. Ich weiß, dass Mbappé gegen Dortmund gut war. Ich möchte es nur einmal als Beispiel sagen. Bei Real Madrid ist so eine Qualität drin, die haben so viele Spieler, die so ein Spiel entscheiden können. Das ist einfach krank. Also wenn du mal überlegst, von der individuellen Qualität aus dem letzten Jahr hat Real Madrid von den besten fünf Spielern der Welt wahrscheinlich drei Stück mit Bellingham, Mbappé und Vinicius. Das ist so eine individuelle Qualität. Und ja, die müssen sich noch finden. Und ja, offensiv hat alles noch so ein bisschen geholpert in der Liga, vor allem bei Mbappé. Aber also vor allem in diesen magischen Champions-League-Nächten, wo es einfach nur darum geht, Spiele zu ziehen und weiterzukommen, du wirst mit Real Madrid wieder rechnen müssen. Das ist eine Qualität, die ist unfassbar. Um mal über Dortmund zu sprechen, das Spiel geht für mich eigentlich auf zwei Nacken. Das Spiel geht zu einerseits auf den Nacken von Nuri Schein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also egal, gegen wen du spielst, egal, wo du spielst, nach 55 Minuten oder wann das war, so ein Zeichen zu setzen mit dieser Defensiv-Auswechslung. Ich glaube, das war einfach ein Selbstmordkommando. Ich meine, so funktioniert halt am Ende des Tages Fußball. Wenn er einen Verteidiger bringt und die das 0-2 oder 2-1 über die Bühne bringen, dann heißt es, oh toll, wie der Nuri reagiert hat und hat da richtig geil gecoacht. Aber ich glaube, in dem Moment, wo Sahin seine Offensivspieler runtergenommen hat und die Fünferkette gebildet hat, ich glaube, in dem Moment haben die in Madrid dann Lombarda getanzt. Weil die haben ja auch einfach Spieler, die auf engstem Raum, wenn der Gegner sich hinten reinstellt, das lieben die ja. Also da kommt ein Vinicius Junior und da kommt ein Mbapp, die sagen, geil, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und für mich das zweite Ding, warum es gekracht hat, ist, dass Dortmund einfach zu viele Spieler hat, die einfach überbewertet sind. und in dem, in solchen großen Spielen wird es einfach klar. Ich möchte nicht so gern über einzelne Spieler sprechen, ich werde es jetzt auch tun. Guck mal, du musst das Kapitel Emre Can schließen, das funktioniert nicht mehr, das ist so verbrannt, das ist alles an diesem Thema Emre Can ist mittlerweile so toxisch, das funktioniert nicht mehr, das klappt nicht mehr. Es klappt einfach nicht mehr, das ist so verbrannt. Der Spieler ist von seiner grundsätzlichen Qualität bestimmt kein schlechter. Aber er spielt bei Dortmund nur mal maximale Scheiße und hat anscheinend nicht die gute Eigenwahrnehmung dafür, das zu akzeptieren und fängt dann noch an, irgendwie auf Pressekonferenzen mit den Fans und mit den Medien zu diskutieren. Nach so einem Spiel von Emre Can als einer der Topverdiener, als Kapitän, ich würde als Dortmund-Fan im Strahl kotzen. Weil es geht ja nicht darum, dass nicht irgendein Spieler da das taktische Foul an Vinicius nicht zieht, es geht darum, dass Emre Can das scheiß taktische Foul nicht zieht. Weil Emre Can genau für solche Situationen geholt worden ist. Dass er nicht der Filigran-Techniker ist, aber für solche Situationen hast du Emre Can. Dass der da Reis und Vinny Junior auf gut Deutsch beide Beine bricht und sagt, du kleiner Heute nicht. Genau für solche Situationen hast du Emre Can geholt. Erinnert euch an die Situation, da gibt es einen viralen Clip von auf YouTube, der heißt von The Zone Neymar hat keinen Bock mehr. Weil der von Emre Can in der Champions League damals, wo Dortmund gegen PSG gespielt hat, er wurde 90 Minuten lang nur gebullied. Emre Can hat 90 Minuten lang Neymar einfach nur abgefuckt. Und für solche Situationen hast du den. Aber wenn der das nicht bereit ist zu leisten, wenn er nicht der Mentalitätsspieler ist, den du für solche Situationen haben möchtest, dann kannst du den nicht gebrauchen. Und das, bei Emre Can ist es ja aktuell wirklich, es ist, das Technische fehlt und jetzt musst du ja auch noch das Gefühl haben, dass das Mentale und der Einsatzwille fehlt. Weil in so einer Situation, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich bin ja offensichtlich kein Dortmund-Fan, aber wenn ich mir, also wenn ich die Augen zumache und mir darüber nachdenke, Real Madrid läuft in den Konter, ich darf mir einen Dortmund-Spieler aussuchen, der Vinicius Junior jetzt ehrenlos umflext und sich eine taktische Gelbe abholt, ja dann denke ich an Emre Can. Und wenn das genau der ist, der das nicht macht als Kapitän, finde ich schwer. Finde ich schwer. Natürlich ist der Mann auch nicht an allem schuld, so gar keine Frage, aber da sind wir wieder beim Thema, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, achso ja, es ist natürlich nicht alles Emre Can, es sind viele andere Sachen in dieser Mannschaft, aber ich sage mal so, wenn Pech irgendwann zur Gewohnheit wird, dann ist es vielleicht auch einfach mangelnde Qualität und bei Emre Can ist es auf dem Niveau Champions League Plus einfach für mich mangelnde Qualität und das habe ich jetzt häufig genug gesehen. Wenn du Borussia, da sind wir ja beim Punkt, weißt du, wenn das ein Spieler ist, der Kaderplatz 15, 16 ist, dann brauchen wir nicht darüber reden, aber ganz im Ernst, wir reden hier über den Kapitän von Borussia Dortmund, der 8 Millionen im Jahr verdient und wenn das der Spieler ist, wo du als Dortmund-Fan Angst haben musst, dass der gleich einen Ball annimmt und damit was machen muss, dann sind wir hier aber irgendwo ganz verkehrt, dann sind wir irgendwo ganz verkehrt. Wir reden hier über den zweitgrößten Verein in Deutschland, der den Anspruch hat, jedes Jahr eigentlich mit um die Meisterschaft zu spielen oder zumindest mal Vizemeister zu werden und dein Kapitän ist jemand, wo ein Rauen durchs Stadion geht, weil du Angst hast, dass der gleich irgendwas mit dem Ball machen muss. Das kann es ja nicht sein. Das kann es ja wirklich nicht sein und das muss man sich vielleicht einfach mal so verdeutlichen. Matcher ist gut. Ja, Matcher kommt langsam. Kann man natürlich immer noch ein bisschen darüber reden, dass er vielleicht einen Tacken zu teuer ist, aber kommt langsam. Also ich glaube, das ist jetzt meine Ferndiagnose. Ich glaube, wir sind bei Borussia und oh, ja, ich mach's jetzt auf. Ich bin ja gespannt, was ihr dazu sagt. Folgendes als Einleitung und da sind wir uns alle einig. Wenn du in Real, also wenn du in Bernabeu Nachführung aufs Maul bekommst, bist du nicht die Erste und nicht die Letzte Mannschaft, der das passiert. Punkt. Bist nicht die Erste und nicht die Letzte Mannschaft. Das ist Real Madrid, das ist Champions League, alles schön und gut. Was mich nerven würde, ist, dass du bei Dortmund ab einem gewissen Zeitpunkt das Gefühl hattest, dass sie sich ergeben haben und einfach nur den Umstand, dass halt jetzt Real Madrid über die drüber rollt nach 2-0-Führung, dass sie den akzeptiert haben. Das ist genau, das ist die Art und Weise und da glaube ich, dass wir trotz allem und das ist mittlerweile ein Meme geworden, halt wieder ein bisschen über die Mentalität sprechen müssen. So, du hast halt bei Dortmund, wer ist da Führungsspieler und deshalb bleibe ich auch dabei, finde ich es absolut nicht optimal, dass man Mats Hummels einfach so abgegeben hat. So, weil jetzt, du hast ja ein Girassi vorne, ist neu dazugekommen, ein Sabitzer ist erst ein Jahr da, ein Groß ist neu dazugekommen diese Saison, du hast einen Emre Can, der dein Kapitän ist, der komplett umstritten in der Mannschaft ist, du hast einen Schlotterbeck, der sich, sage ich mal auch, seinen Platz in der Hierarchie erstmal erarbeiten musste und erarbeiten muss, du hast mit Niklas Süle, deinen Topverdiener, der gefühlt Verteidiger Nummer 5 die letzten zwei Jahre war, also das ist schon schwer, ne, das ist schon schwer, ich will es auch gar nicht irgendwie größer analysieren, als man es muss, weil am Ende des Tages, ja, gehst du halt in Real, also gehst du halt in Bernabeu rutschen, das ist Mannschaften häufig genug passiert und auch, ich weiß nicht, ich sage, Dortmund fehlt Aura, sowohl auf der Trainerbank als auch in der Truppe, den fehlenden Spieler, wo du schon bevor du dahin gehst, weißt, ich habe keinen Bock gegen die zu spielen, ich habe keinen Bock gegen die zu spielen, ich habe keinen Bock da drauf, ich weiß, es wird eklig, würdest du alles in allem sagen, dass sich der BVB blamiert hat am Dienstag, nein, 0,0, 0,0, Dortmund hat sich nicht blamiert im Bernabeu, wenn du 2-0 im Bernabeu führst und danach halt noch auf die Fresse bekommst, weil Real Madrid zum 500. Mal in den letzten zwei Jahren so ein Spiel umdreht, dann hast du dich nicht blamiert, ey, wir können eher darüber reden, dass sich Real Madrid zu dem Zeitpunkt des 0-2 ein bisschen blamiert hat, das mit Aura sind so Facts, die haben so viel zu lange so eine Loser-Mentalität, ja, also ich, ohne Spaß, ich will eigentlich nicht so viel über Dortmund reden, weil ich weiß, dass es danach immer diese Diskussion gibt, oh, der Schalke-Fan redet über Dortmund, bla, 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 naja, ich rede auch genug über meinen eigenen Feind, aber Dortmund hat wirklich eine Loser-Mentalität, ich habe das Gefühl, wenn Dortmund die Meisterschaft knapp verpasst, das Champions-League-Finale nicht gewinnt und in der Bundesliga auf die Fresse kriegt gegen Stuttgart, im Pokal rausfliegt oder jetzt in Real Madrid, das ist immer so eine Akzeptanz, so von wegen so, ja, na, haben wir halt verloren, was ist das für eine Einstellung, was ist das für ein, ihr seid Borussia Dortmund, ihr seid der zweitgrößte Verein in Deutschland, das darf nicht normal sein, dass ihr von Dortmund zwei Jahre am Stück nur durchs Stadion gejagt werdet, das kann nicht normal sein, dass Leipzig häufiger den Pokal in letzter Zeit gewinnt als ihr, es kann nicht normal sein, dass ihr zu einem Champions-League-Finale fahrt und dann das Licht ausmacht und sagt, ja, war halt gegen Real Madrid, wir waren zwar besser, aber haben trotzdem verloren, konnten wir nichts machen, so, mit der Mentalität kommst du nicht weiter und wenn du nach 55 Minuten 2-0 in Bernabeu führst und dein eigener Cheftrainer deine einzigen Offensivleute rausnimmt, um das Ding zuzumauern und dann gehst du in Madrid halt noch 4-2-Rutschen, und stellt sich dann danach hin und sagst, ja, war ja auch Real Madrid und war immer mal schön 2-0 zu führen, dann kommst du auch nicht damit weiter. So, das ist, ich habe Angst in dem Sinne, 5-2 war es sogar, ich habe Angst in dem Sinne um den BVB, dass da gerade irgendwie die letzten Jahre nach dieser ganzen Klopp-Geschichte so eine Akzeptanz das, ja, wir wir machen mal so gut, wie wir können. Verstehe die Einstellung nicht. Als Dortmund musst du doch jedes Jahr in die Saison reingehen, scheißegal, ob du es packst oder nicht, dieses Jahr f***en wir die Bayern. Das musst du, du kannst doch nicht reingehen mit, ja, gucken wir mal, ob wir in die Champions League kommen und wir müssen Leipzig und so. Nein, dieses Jahr wollen wir die Bayern f***en. Wenn die stolpern, wir f***en sie. Sind die 8, 9, 10, 11, 12 Jahre am Stück Meister, dieses Jahr sind sie völlig die F*** aus dem Süden. Und wenn wir eklig spielen müssen und wenn wir das Ding mit einem Punkt mehr gewinnen, dieses Jahr f***en wir sie. Aber wenn du halt nach außen hin schon die ganze Zeit so verkaufst, so, ach ja, Champions League, gucken wir mal, oh, war schön, wir haben 50 Minuten gegen Real Madrid geführt, war ganz toll, ja, Pokal, wollen wir lange so wie möglich drin. Nee. Und das ist halt das Problem, weil im Fußball, wir alle wissen, wie der Fußball funktioniert, wenn du das machst, was ich gerade gesagt habe, in die Saison reingehen mit, so, dieses Jahr sind die Bayern fällig. Das Erste, was passiert ist, wenn du nach sieben Spieltagen fünf Punkte hinter den Bayern bist und drei Plätze von denen entfernt bist, wirst gefühlt rausgeworfen, weil es heißt, da ist deine Ziele nicht erreicht. Das wäre das Problem. Deshalb planen immer alle schön defensiv und machen erst immer so ein bisschen Understatement. Das geht mir total auf den Sack. Das geht mir auch, ja, ich rede mich jetzt gerade richtig in Rage, das geht mir auch bei meinem Verein auf den Sack, wenn die in so eine Saison reingehen und mir erzählen wollen von wegen, ja, wir machen ganz ruhig und mal schauen, du bist Schalke 04, du bist Schalke 04, du hast 190.000 Mitglieder. Willst du mir jetzt hier verkaufen, dass wir um Platz 9 aufwärts spielen? Willst du mich verarschen? Bruder, wofür spielen wir dann in dieser Liga, wenn wir nichts erreichen wollen? Dann sag doch lieber, ey, wir wollen vorne mitspielen, wir haben die Qualität und wenn du dann am Ende nur Siebter wirst, dann kannst du immer noch daran arbeiten. Aber ich glaube, das ist mein Call, mein Call und dann Dortmund-Thema zu, wenn du als Vereinsführung und das sag ich, ist das viel größere Problem als die Spieler, die bei Dortmund auf dem Platz spielen, du schaffst ja nur Alibis, du kriegst bei Borussia Dortmund als Spieler in den letzten Jahren gefühlt eingeimpft, ey, wenn du nichts gewinnst, ist nicht so schlimm. Wir sind ein Entwicklungsverein, ist nicht so schlimm. Wenn du nicht Meister wirst, egal. Wenn du einen Pokal verlierst, ist nicht so schlimm. Wenn du in der Champions League nach zwei, ach, alles gut. Ich glaube, das überträgt sich halt heftig auf die Spieler, weil das halt der Unterschied zum Beispiel zu den Bayern, die haben dieses Mia San Mia gehen und da ist jedes Mal, brennt der Laden, wenn die zwei Spieler am Stück nicht gewinnen. Und das auch der Unterschied, warum Leverkusen das Ding vor den Dortmundern gezogen hat, also dass die Meister werden und die Bayern-Streak gebrochen haben. Weil die, seit Alonso da ist, den komplett selbstverständlichen Anspruch haben, egal gegen wen wir spielen, hier spielt Bayer Leverkusen, wir machen unser Ding. Das haben sie schon in der Hinrunde gemacht. Erinnert euch daran, das habe ich damals getweetet, ich habe mir die Augen gerieben, ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, wie im Hinspiel, wo Leverkusen in München gespielt hat, deren scheiß Innenverteidiger standen bei Bayern München in der Allianz-Arena am eigenen Strafraum. Leverkusen ist dann nach zehn Spieltagen oder so hingefahren und hat gesagt, wir kommen in die Allianz-Arena und f***en euch hier. Wir f***en euch hier, weil wir dieses Jahr besser sind. Das ist halt ein Brett. Sieht diese Saison aber anders aus. Ja, ist ja auch in Ordnung. Erwartet ja auch keiner von Bayer 04 Leverkusen, dass die jetzt den Titel verteidigen und direkt wieder eine Streak in der Bundesliga starten, wo die kein einziges Spiel verlieren. Gar keine Frage. So, und natürlich haben die letztes Jahr auch überperformt. Aber ich, ich weiß nicht, ich denke mir halt manchmal bei Dortmund, so, das ist meine persönliche Einschätzung von außen als Schalke-Fan. Ich finde, dieser Verein macht sich kleiner, als der ist. Ich finde, das Fazit sollte nach einer 2-0-Führung im Bernabeu nicht sein, ach ja, dann kam halt Real Madrid und die sind halt die Besten der Welt und dann haben sie uns kaputt gemacht. Danach musst du eine Woche, darf keiner von der Mannschaft miteinander reden. Die müssen sich eine Woche in der Kabine gegenseitig schweigend angucken mit diesem Blick, wir haben es verkackt. Weil das sind Spiele für die Ewigkeit, die du ziehen musst, wo du deinen Kindern in 15 Jahren noch von erzählst und sagst, ey hör mal, ich hab damals mit Borussia Dortmund auswärts in fucking Real Madrid im Bernabeu gewonnen. Das halt das Ding. Besser als Dortmund derzeit in Deutschland, Bayern, Leverkusen und eventuell noch Leipzig. Ich würde noch Stuttgart und eventuell auch Frankfurt hinzutun. Also das wird, meine Meinung, die letzten Jahre, Qualität Borussia Dortmund tendenziell fallend, Qualität von anderen Bundesligisten tendenziell steigend. Wir sind in einer Zeit, wo, das muss man ja sagen, wir haben jetzt in den letzten Jahren nicht Mannschaften gehabt, die oben reingeflogen sind, weil die irgendwie wie vor zwei, drei Jahren Union Berlin eine komplett verrückte Saison hatten, wo die 20 Expected Points überperformt haben. Wir haben keine Saison wie Schalke 2018, wo die Vizemeister geworden sind, mit, ja, wir stellen uns mit einer Fünferkette hinten rein und Innenverteidiger Naldo macht acht Saisontore. Wir haben Mannschaften, die oben mitspielen, RB Leipzig, die haben das Ziel, die Nummer eins in Deutschland zu werden. Und glaubt mir, Red Bull will und die Werben haben jetzt gerade Jürgen Klopp gesigned. Du hast Bayer 04 Leverkusen, die wirklich richtig dick Geld hinten dran haben und aktuell den für mich ganz, ganz klar zweitbesten Kader der Liga haben. Ganz, ganz klar. Der Leverkusen-Kader ist deutlich besser als der von Dortmund, deutlich besser als der von Leipzig. Die hast du dabei. Dann hast du den VfB Stuttgart und das ist jetzt der ganz große Punkt, den ich machen wollte. Stuttgart, Leverkusen und auch Frankfurt aktuell, das sind drei Mannschaften, die oben da reinrutschen und sehr wahrscheinlich diese Saison lange mit oben spielen werden. Das tun die nicht, weil die gerade irgendwie einen verrückten Run haben, wo die krass überperformen. Die haben die Qualität, es aus ihrem eigenen Ballbesitz heraus zu tun. Das sind Mannschaften, die von sich aus heraus was mit dem Ball machen wollen. Und ich glaube, Dortmund muss sehr krass aufpassen, dass die nicht in zwei, drei Jahren auf einmal dastehen und sagen, warte mal, wie ist denn das passiert, dass wir gar nicht mehr die Nummer zwei in Deutschland sind? Wie ist denn das passiert? Ich bleibe dabei, mein Gott, werde ich wieder Hate bekommen. Die Dinger werden auf TikTok und überall viral gehen und die werden sagen, der Schalke-Fan, jetzt hat er sich genug über Schalke aufgeregt, jetzt versucht er Dortmund schlecht zu reden. Ich bleibe dabei, dieser Dortmund Champions League Run letzte Saison war für diesen Verein nicht gut, weil es eine komplett kaputte Eigenwahrnehmung geschaffen hat. Dortmund war letztes Jahr in der Bundesliga absolut unterdurchschnittlich und die waren im DFB-Pokal absolut unterdurchschnittlich und vollsten Respekt davor, was die in der Champions League letzte Saison gemacht haben. Das war geil, das war stark, das haben die gut gemacht, dass sie PSG rausgeworfen haben, aber das stand halt daraus, dass sie ein bisschen Glück haben und natürlich auch einfach über eine defensive Stabilität, also wenn wir über den besten Torwart der letzten Champions League Saison sprechen, dann ist es wahrscheinlich Gregor Kobel und wenn wir über die besten Innenverteidiger sprechen, dann sind es wahrscheinlich Hummels und Schlotterbeck, muss man ja einfach so sagen. Die haben überragend gespielt. Aber ich glaube, es wird gerade schwer. Es wird gerade wirklich schwer. Das war's. Ich glaube, Das war's. Das war's. Vielen Dank.